Musik Wenn es um Tischtennis, Sport und Mönchengladbacher Schulen geht, hat sich das Madnatt-Gymnasium in Mönchengladbach mittlerweile eine kleine Vormachtstellung ausgebaut. Regelmäßig sahnen die Kids der Schule zum Beispiel bei den Schulstadtmeisterschaften ab. Zuletzt wurden wieder in sechs von acht Klassen die Madnattler Erster. Aber die sind auch sehr motiviert, die Kids. Also wir hatten Vertretung und da brauchten wir noch ein paar für die Stadtmeisterschaften. Und da habe ich dann halt mitgespielt und dann hat mir das Gefühl gefallen und jetzt mache ich auch in der AG mit, weil mir das Spaß macht. Da sind dann einfach auch ein paar Naturtalente dabei. Aber in erster Linie geht es in der Tischtennis-AG um Spaß. Montags wird in der Pause gespielt, mittwochs gibt es noch eine Doppelstunde. Gern gesehen ist jeder. Ja, von den Kleinen, die einfach vielleicht auch in der Pause sich nur bewegen wollen, zu denen, die ein bisschen trainieren möchten, bis zu den ganz Großen, die aber auch schon seit Jahren Vereinsspieler sind, aber auch über die Schule zum Vereinssport gekommen sind. Die Kids selber sind mit ihrer AG sehr zufrieden. Nicht nur, weil man sehr erfolgreich ist. Weil es mir Spaß macht. Allgemein einfach, dass man nicht halt zu viel laufen muss, weil die meisten anderen Sporten, Arten halt, und dass man halt einfach mehr Kreativität in den Sport mitbringen kann. Weil Tischtennis ein sehr guter Sport ist. Der macht auch sehr viel Spaß. Und draus ist es immer so langweilig, wenn man dort rennt. Aber hier ist das Schöne, man kann nur spielen. Man muss halt keine Übungen machen. Ja, das macht Spaß, weil dann kann man auch mal mit Welten spielen, die so ungefähr gleich stark sind wie einer. Also weil man lernt hier auch was, also man spielt nicht einfach so, also man kommt auch was gezeigt. Also wenn man jetzt was nicht kann oder wenn man das falsch macht, dass einem das dann halt zeigt und dass man da nicht halt dumm rumstellt. Vielleicht ist das auch noch ein Erfolgsrezept. Die Kleineren lernen von den Größeren. Da kann die nächste Schulstadtmeisterschaft ruhig kommen.